Lego hat jetzt auch Brettspiele. Das Ganze hier ist eine Kooperation zwischen Asmodee und Lego und heißt Lego Monkey Palace. Ich habe mir das Spiel für zwei bis vier Spiele ab zehn Jahre ungefähr 45 Minuten Spielzeit zuschicken lassen, um euch hier einmal vorzustellen, wie das Spiel funktioniert und wie mir das Spiel gefallen hat. Also als erstes gehen wir mal auf den Tisch für eine kleine Regelerklärung. Bis gleich. Ich habe das Spiel hier einmal für zwei Spieler aufgebaut. Spieler 1 schnappt sich den Spieler 1 Bogen, Spieler 2 schnappt sich den Spieler 2 Bogen. Dann bekommt ihr hier Startbausteine, je nachdem welche Spieleranzahl ihr seid. Die nehmt ihr euch, danach könnt ihr das Ganze auch umdrehen. Dann haben wir in der Mitte das Startbrett, da müsst ihr euch einen von diesen Vorlagen hier aussuchen und dann die Startaufstellung so hin basteln, dass ihr quasi zwei Torbögen habt mit so einer Säule darunter unter dem einen und mit einer goldenen Verzierung hier oben. Ihr habt hier diese Ecksteine, damit das hier nicht verrutscht. Und ihr habt die Karten hier alle ausgelegt. Die 1, 2, 3, 4, 5 und 6er Affenkarten jeweils nach Farben sortiert. Dann die zusätzlichen Bananenkarten hier und die drei Tierkarten. Da könnt ihr aber auch die Froschkarte und die Schmetterlingskarte weglassen. Die sind nur optional, aber ich erkläre sie jetzt hier einfach trotzdem mit. Und natürlich habt ihr hier den Sortierkasten mit den Bögen, mit den Säulen, mit den einzelnen kleinen Säulen und mit den drei unterschiedlichen Verzierungen. Es gibt ja die hellen Verzierungen, die dunklen Verzierungen und die goldenen Verzierungen. Und dann geht das Spiel los. Das Spiel wird so lange gespielt, bis ein Spieler sich nicht mehr alle Teile nehmen kann, die er in seinem Zug bekommen würde. Danach müsst ihr schauen, dass alle Spieler die gleiche Anzahl an Zügen haben. Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann gewinnt derjenige Spieler, der die meisten Bananen auf all seinen Karten, die er hier auf seinem Tableau gesammelt hat oder neben seinem Tableau gesammelt hat, zusammengezählt hat. Diese Bananen sind hier oben rechts auf den Karten zu sehen. Also diese bekommt ihr im Laufe des Spiels. Ja, müsst ihr zusammenzählen, der die meisten gesammelt hat, der gewinnt. So, was tue ich, wenn ich am Zug bin? Wenn ich am Zug bin, muss ich verschiedene Steps durchgehen, verschiedene Schritte durchgehen. Das Erste ist, ich muss eine Treppe bauen. Und zwar muss ich eine Treppe mithilfe von diesen Bögen hier bauen und mithilfe von den Säulen. Und diese Säulen und diese Treppen muss ich in meinem Vorrat haben, damit ich etwas bauen kann. Ich kann so viele Steine benutzen, wie ich möchte. Hauptsache, ich beachte die Bauregeln, denn es gibt beim Treppenbauen einige Bauregeln. Das Erste ist, ihr müsst eure Treppe immer auf einer Bodennoppe beginnen, auf einer freien Bodennoppe. Dabei ist es egal, ob euer Bogen direkt auf der Bodennoppe steht oder ob ihr quasi eine Säule, die ihr vielleicht habt, auf diese Bodennoppe stellt, um dann die Treppe irgendwo anders drauf zu setzen. Also es ist egal, ob die Treppe der Bogen direkt oder ob die Säule da drauf ist. Dann müsst ihr beachten, ihr müsst immer einen schon vorhandenen Bogen oder ein vorhandenes Element, es kann auch eine Verzierung sein, benutzen, um eure Treppe zu bauen. Also ihr müsst die immer mit einbauen, die vorhandenen Elemente. Ihr könnt nicht einfach eine neue Treppe irgendwo im Nirgendwo bauen, sondern ihr müsst immer anbauen. Dann ist es wichtig, dass eure Treppe immer steigt. Also ihr dürft eure Treppe nicht irgendwie so bauen, dass sie wieder runter geht. Also ich könnte jetzt nicht, sagen wir mal, ich hoffe, das ist einigermaßen überhaupt nicht gut zu sehen, wenn man das so von oben erklärt. Aber ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ich dürfte, wenn ich das so in die Kamera halte, dann seht ihr das wahrscheinlich. Ich könnte die Treppe so nach oben bauen und dann irgendwo draufsetzen. Und dann habe ich halt hier so eine Treppe gebaut. Aber ich dürfte jetzt eine dritte Treppe nicht irgendwie wieder nach unten bauen. Also es darf dann nicht so aussehen. Dieses nach unten ist verboten. Und ich muss, wie gesagt, auch immer ein Element, was hier schon drauf ist, mit benutzen. Ja, die Treppen müssen auch alle immer abgestürzt sein, komplett. Also es darf kein Treppenunterteil oder auch Säulenunterteil irgendwie schweben. Es muss immer eine feste Verankerung zum Boden haben. Das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten sind das im Grunde genommen die Bauregeln. Die Farben sind eigentlich relativ egal. Dann gibt es noch zwei wichtige Bauregeln tatsächlich, die ich noch nachreichen muss. Es ist so, ihr dürft niemals die beiden mittleren Noppen auf der Treppenstufe benutzen. Das ist immer verboten. Das heißt, die müssen immer frei bleiben. Die dürft ihr nie überbauen mit irgendwas. Und ihr dürft Treppen auch um 90 Grad anwinkeln. Also ihr könnt auch quasi ja links, rechts, links, rechts bauen. Und da seid ihr frei in eurer Entscheidung. Die Wahl, eine Treppe zu bauen. Und ja, ich zeige euch das mal so ein bisschen so in die Kamera, damit ihr das ein bisschen besser seht. Also im Moment ist das so gebaut. Das ist diese Startaufstellung, die ich vorhin sagte. Und jetzt habe ich zwei Bögen zur Verfügung, die ich hier einmal draufbauen kann. Und es gibt tatsächlich einfach eine relativ einfache oder Standardvariante, die man als erster Spieler macht. Ich setze hier einfach irgendwo eine Treppe hin und setze meine zweite Treppe hier oben drauf. Das zeige ich euch nochmal. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja diese beiden Treppen hier gebaut. Diese auf dem Boden. Die fängt quasi hier unten auf dem Boden an. Und dann habe ich meine zweite Treppe hier drauf gesetzt. Und diese endet auf dieser schon bereits vorhandenen Treppe. Das heißt, so habe ich alle Bauregeln beachtet. Ich gehe nach oben. Ich habe hier was eingebaut. Ich habe einen festen Grund zu dieser Bodenplatte hier. Und nun, wenn ich fertig bin mit meiner Treppe, muss ich noch eine Verzierung setzen. Und zwar auf der obersten Treppenstufe auf der hintersten Noppe. Und das wird immer die Verzierung sein, da wo ich quasi am Boden angefangen habe. Da ich hier in diesem grünen Bereich angefangen habe, muss ich auf meiner letzten Stufe hier diese Verzierung ganz nach oben setzen. Und nun ist es so, dass ich Punkte zusammenzähle. Ich zähle jetzt zusammen alle Bögen, die ich gebaut habe, die meine Treppe enthält. Also ich habe zwei Bögen, zwei Treppenstufen hier gebaut. Das sind zwei Punkte. Und dann, wenn ich von der jeweiligen Verzierungsfarbe den höchsten habe, bekomme ich noch einen Zusatzpunkt, da ich hier den größten hellgrünen habe von der Ebene. Wenn man das so schaut von oben. Dann ist das hier der höchste. Das heißt, ich habe drei Punkte. Und von diesen drei Punkten kann ich mir jetzt eine beliebige Karte kaufen. Und das sind quasi diese Affenpunkte, die ich habe. Das heißt, ich könnte mir eine Einser Affenkarte kaufen und eine Zweier, weil ich dann insgesamt drei habe. Ich könnte mir hier so eine Dreier kaufen. Kann ich aber nur, wenn ich die jeweilige Farbe auch gebaut habe. Da bin ich wieder bei meinem Startstein und bei der Verzierung, die ich gemacht habe. Das heißt, diese braune Dreier und diese dunkelgrüne Dreier könnte ich mir jetzt nicht kaufen. Ich könnte mir aber die hellgrüne Dreier kaufen. Und diese anderen beiden sind ja quasi mit allen Farben versehen. Ich darf aber auch nur von jedem Stapel die oberste Karte kaufen. Ich darf nicht von einem Stapel drei Karten kaufen. Also ich könnte jetzt nicht drei Einserkarten kaufen, sondern ich könnte eine Einser, Zweier oder hier die Dreier kaufen. Das heißt, ich nehme mir hier, ja, ich nehme mir mal die Dreierkarte hier. Die darf ich mir ja kaufen. Und bei dieser Karte gucke ich jetzt als erstes, habe ich einen Sofortbonus. Die anderen Karten hier, zum Beispiel diese Viererkarte, hätte hier so einen Sofortbonus, das hier mit diesem Blitz versehen. Da darf ich mir dann jeweils Bausteine nehmen. Also hier, weil ich diese genommen hätte, dürfte ich mir jetzt eine kleine, so eine kleine Säule nehmen oder eine kleine, oder hier eine Brücke. Ich habe aber diese Karte genommen. Da bekomme ich erst mal gar nichts. Und dann lege ich diese hier, diese bekommene Karte hier auf mein Board und zwar umgedreht, sodass dann nur dieser dauerhafte Bonus zu sehen ist. Das ist natürlich bei den Karten, die kein Blitzsymbol haben, immer der Fall. Ja, so egal auf welcher Seite, aber ich drehe sie umgekehrt auf mein Tableau und kann mir irgendeinen Slot aussuchen. Wenn ich schon Karten auf den Slots liegen habe, würde ich die natürlich überdecken. Und danach nehme ich mir mein Einkommen und das sind alle mit diesem Kreis oder mit diesem Pfeilsymbol offen liegenden Karten plus das, was auf meinem Tableau zu sehen ist. Das heißt, in diesem Fall würde ich jetzt vier kleine Steine bekommen, die ich mir aus meinem Vorrat nehme, weil ich ja einmal das Einkommen von der Karte und einmal von meinem Tableau habe. Und ich würde diese beiden Brückenteile bekommen. Genau. Und damit wäre im Grunde genommen mein Zug beendet, zumindest mein Standardzug. Und der nächste Spieler ist an der Reihe. Der macht jetzt quasi das Gleiche, baut auch wieder mit seinen Sachen, nimmt sich eine Karte, kauft sich eine Karte und das geht dann immer reihung um Uhrzeigersinn, bis irgendjemand, ja, wenn er seine Steine vom Einkommen nimmt oder auch von den Sofortboni, die nicht mehr nehmen kann, die nicht mehr vorhanden sind, dann wird einfach nur, ja, die Runde zu Ende gespielt, sodass alle die gleiche Anzahl an Zügen haben. Und jetzt gibt es noch ein paar Spezialsachen, die man ja während seines Baus oder ja während seines Zuges beachten muss. Das eine sind diese Bananenkarten, denn diese Bananenkarten bekommt man, wenn man eine Säule baut, während seiner Treppenbauaktion, die eine durchgängige Säule von fünf Steinen besitzt. Das heißt, ja, entweder so eine Dreiersäule mit zwei Steinen obendrauf, wenn ich das irgendwo in meinen Brücken einbaue und das hier irgendwo auf dem Board platziere, dann würde ich so eine Bananenkarte kaufen bekommen. Die kann ich auch irgendwo hier auf meine Slots legen. Die bringt mir einfach vier Punkte am Ende des Spiels. Oder es gibt noch die Möglichkeit, diese Tiere hier einzusetzen. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Fähigkeiten der Tiere. Einmal haben wir hier den Affen. Der Affen, der besetzt quasi bestimmte Penöpel hier. Und zwar ist es immer so, immer wenn ihr eine Goldverzierung baut, weil eure Brücke hier in dieser Gold, oder was ist das ja, Wüste, in diesem Wüstengebiet angefangen habt, habt. Na, dann würdet ihr hier so einen goldenen Penöpel am Ende eurer Treppenstufe platzieren. Dann dürft ihr die Affenkarte bei euch hinlegen. Diese Affenkarte, falls ihr die am Spielende habt, ist zwei Bananen wert. Und ihr dürft den Affen auf irgendeine beliebige freie Treppenstufe, äußere Noppe einer Treppe setzen. Der besetzt dann jetzt quasi, ja, dieses Feld. Und die anderen Spieler können nicht auf diese Noppe bauen. So könnt ihr anderen Spielern so ein bisschen, ja, Gelegenheiten verbauen, wenn ihr den Affen nutzt. Dann gibt es noch den Frosch. Der Frosch erlaubt es euch, wenn ihr euch entscheidet, den Frosch zu nehmen, entweder hier aus der Auslage oder von einem Spieler, eine große Säule zu nehmen. Und diese direkt mit euch hier, diese direkt zu verbauen in eurer Treppe, die ihr gerade baut. Ja, da müsst ihr den Frosch auch wieder auf eure Treppenstufe setzen. Aber ihr habt halt diese Froschkarte und die ist am Ende minus drei Punkte wert. Ja, da müsst ihr hoffen, wenn ihr das während des Spiels gemacht habt, dass andere das auch machen wollen und euch die Karte wieder wegnehmen, damit ihr am Ende des Spiels nicht die Karte bei euch liegen habt und nicht diese drei Minuspunkte erlangt. Und dann gibt es noch den Schmetterling, denn sobald ihr eine Verzierung gebaut habt, die die höchste Verzierung, egal welcher Farbe, ja, ist, dann könnt ihr die Schmetterlingskarte nehmen und den Schmetterling dann auf diese höchste Platzierung setzen. Das heißt, ja, dies ist nicht die höchste Platzierung, weil die die gleiche Stufe haben, das, was ich eben gebaut habe. Aber wenn die Verzierung höher wäre, ich hätte vielleicht, ja, hier noch zwei kleine Einersteine gehabt und hätte das so gebaut. Zeige ich euch dann nochmal so, genau. Na, dann wäre die grüne jetzt die höchste, dann könnte ich die Schmetterlingskarte nehmen und ich könnte den Schmetterling hier auf diese höchste Verzierung setzen. Und ja, der Schmetterling bringt am Ende, wenn ich ihn am Ende des Spiels habe, zwei Punkte und er besetzt halt, ja, diese Verzierung. Und ich kann da im Moment nichts drauf bauen, bis jemand anders eine höhere Verzierung gebaut hat. Ja, das war es mit den Regeln zu Lego Monkey Palace. Und weil wir gerade beim Thema Regeln sind, da steige ich einfach direkt mal ein mit meinem Kurzfazit. Denn das ist tatsächlich, glaube ich, das Einzige, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat. Das Spiel ist ja eigentlich ein Familienspiel. Es bedient sich, ja, an einfachen Mechanismen. Wir bauen kleine Lego-Steine aufeinander. Wir wollen eine kleine Brücke bauen. Das Ganze ist relativ simpel. Das hat man als Kenner und Expertenspieler, ja, relativ schnell über. Aber für Familien ist das echt eine richtig geile Angelegenheit. Aber die Regeln passen irgendwie nicht ganz dazu. Ich fand die Regeln sehr kompliziert, muss ich sagen. Also diese, was darf ich, wenn ich baue und was darf ich nicht, ist jetzt auf den zweiten Blick total einfach und macht auch total Sinn. Aber ich habe es während der Regelerklärung nicht so richtig begriffen, muss ich sagen. Mir war am Anfang nicht klar, okay, darf ich eigentlich meine Brücke auch mit einer Säule auf den Boden starten? Also darf ich quasi auch in einer höheren Ebene direkt anfangen, solange ich auf jeden Fall mit meiner Säule die Bodenplatte berühre? Oder darf ich das nicht? Und darf ich eigentlich, wenn ich dann auch andere Brücken benutze, irgendwo vielleicht meine Brücke fortführen? Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ha, das geht gar nicht. Also deswegen haben sie es auch irgendwie nicht erklärt. Aber das habe ich erst während des Spiels festgestellt, weil ich auch nicht so richtig gut bin, mir, also in dreidimensionalen Dingen mir vorzustellen, das kann ich halt einfach nicht so gut. Aber ja, es hat sich dann irgendwie, in der Regel wurde das nicht beschrieben irgendwie. Und ja, der Spielaufbau ist alles sehr ausführlich. Man muss ein paar Sachen irgendwie am Anfang machen, man muss die Karten irgendwie sortieren. Also für ein Familienspiel ist es tatsächlich doch ganz schön viel Kram, den man da irgendwie aufbauen muss. Aber wenn man das alles einmal raus hat und ich glaube so nach der zweiten, dritten Partie geht das super flott und die Regeln kann man sich auch sehr gut merken, ist das ein mega Familienspiel, was man super schnell aufbauen kann. Da komme ich gleich noch zu einem sehr großen Kritikpunkt. Und was man dann einfach sofort losspielen kann und wo vor allen Dingen Kinder und Gelegenheitsspieler sich richtig austoben können und auch so mal anfangen können, Richtung Kennerspiel zu denken, wie man quasi als Kennerspieler denken muss bei Spielen. Also wenn ich das als Kenner und Expertenspieler spiele, dann ist mir relativ schnell klar, okay, ich möchte möglichst eine gute, also am Anfang möchte ich möglichst schnell vier Einkommenskarten haben, damit ich möglichst schnell Teile reinkriege. Ich gehe natürlich nicht sofort auf diese hohe Punkte Karte, so Dominion Style. Und ich muss eine gute Mischung aus Brücken und aus Säulen haben, weil wenn ich zu viele Brücken habe, dann kann mir jemand einfach extrem schnell quasi das verbauen, dass ich diese Brücken auf andere Brücken setzen kann und immer nur eine Ebene höher machen kann. Und ich brauche dann die Säulen, um die Höhe zu schaffen. Wenn ich aber zu wenig Brücken habe, dann kriege ich einfach keine Punkte, weil ich ja nur für diese Brückenbögen Punkte kriege. Und dann helfen mir diese ganzen Säulen, die ich habe, auch nicht weiter. Außer für die Bananenkarte, für diese Bonuskarte, wenn ich halt so eine hohe Säule, aber das reißt jetzt nicht raus. Ich brauche am Anfang diese Einkommenskarten und eine gute Mischung. Und das hat man relativ schnell raus als Kenner und Expertenspieler. Und dann ist, glaube ich, so nach der dritten Partie, ja, ist dann die Luft raus. Aber als Familienspieler, in einer Familie mit den Kindern, ich meine, Lego zieht da sowieso mit diesem süßen Affen, mit dem kleinen Frosch und dem Schmetterling, den man dann versetzen muss, mit den kleinen Verzierungen. Es hat einfach eine mega Tischpräsenz, muss man sagen. Ist das geil. Man nimmt halt auch das Brett und nimmt sich das so und kann das drehen und kann dann gucken. Und ja, mega, muss ich sagen. Es ist richtig cool. Aber ja, für Experten und Kennerspieler ist es halt nichts, auch was die Downtime angeht. Man kann eigentlich erst überlegen, wenn man wieder dran ist, weil sich ja das ganze Ding noch verändert. Man kann gar nicht planen, wo man die Sachen hinbaut. Zumindest nicht vollständig. Und ja, aber mega. So, und jetzt kommen wir zu eigentlich dem größten Kritikpunkt an dem Ding. Wenn ich die Schachtel aufmache, ich habe das jetzt natürlich eingepackt, aber wenn ich die Schachtel aufmache, dann ist hier dieser Sortiereinsatz drin, wo man diese kleinen Steine und die hohen Säulen und die Böden und die kleinen Säulen reintun soll und die Verzierung. Aber der ist halt leider offen. So, und dann lege ich das hier rein. Dann mache ich das so und dann tue ich das, holt das Kind das raus und das Kind findet geil, wir wollen Lego spielen. Das ist ja richtig cool. Und jetzt kostet es eine Probe auf das Exempel. Ich gehe halt davon aus, dass das alles nicht mehr sortiert ist. Und ja, es ist nicht mehr ganz sortiert. Die Sachen fallen halt teilweise raus. Das ist nicht so krass, wie man sich das vorstellen könnte, aber wieso gibt es nicht hier einen kleinen Deckel zu? Leute, der kostet zwei Cent oder so. Hier noch so einen kleinen Deckel drauf machen. Dann muss ich das nicht jedes Mal wieder neu sortieren. Ja, das ist so ein bisschen der größte Kritikpunkt. Aber sonst hat mir das Spiel wirklich gut gefallen. Ich finde, es ist ein tolles Thema mit diesem Affenpalast, den zu bauen. Weiß ich nicht, vielleicht kann man auch, wenn man richtig kreativ ist, seine Lego-Steine noch aus dem Schrank holen und sich irgendwelche coolen Zusatzregeln dazu ausdenken. Mit, keine Ahnung, da habe ich noch irgendwo irgendwelche Blätter. Und wenn ich die dann irgendwo hinmache, darf ich einmal pro Runde whatever so. Das ist ziemlich cool. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ein schönes Familienspiel. Als Kennerspieler habe ich dann aber wahrscheinlich nach zwei, drei Partien genug. Ein, ja, durchaus solides Familienspiel. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für Lego-Fans. Ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, ja, was ihr an dem Spiel habt. Was ihr vielleicht an dem Spiel nicht so habt. Und könnt für euch selbst entscheiden, ob das was für euch sein könnte oder nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig viel Spaß gehabt, dieses Spiel zu spielen. Dann das Video zu machen für euch. Das Video zu schneiden. Und, ja, euch dieses Spiel vorzustellen. Und meine Meinung zu diesem Spiel wiederzugeben. Und, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und habt Spaß daran, meine Videos zu gucken. Und wenn ihr das habt und meinen Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Über einen Daumen hoch und über viele Kommentare. Falls ihr das Spiel schon gespielt habt, sagt doch mal, wie ihr das Spiel fand. Und ob ihr das Spiel, ja, auf eurem Zettel jetzt habt. Ist das sowas spannend für euch? So die Kombination aus Lego und Brettspiele. Vielleicht seid ihr ja auch passionierter Lego-Sammler oder Lego-Bauer. Aber, ja, würde mich mal interessieren, ob wir da eine Schnittmenge haben. Und ansonsten, ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein weiteres Video schaut. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Hier oben ein Video und hier unten ein Video. Vielleicht ist da was dabei für euch. Ansonsten schaut einfach auf meinem Kanal. Ich habe viele weitere Brettspiel-Videos. Da werdet ihr auf jeden Fall fündigt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.